Wir haben eigentlich nur Leute eingeladen, die uns freuen, dass sie da sind. Darum seid ihr alle begrüßt. Sehr schön, dass ihr da seid. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Wir haben Europas modernste Destillerie hingestellt. Wie gesagt, da brauchst du eine Vision. Das ist eigentlich so das, was sich unsere Gesellschaft dann vorgestellt haben, was man so machen kann. Das war dann aber doch nicht ganz so verwirklicht. Dann haben wir meinen alten Freund Peter Gurgol als Architekten gewinnen können. Dessen Vision war dann ungefähr so. Dann habe ich mit den Bankpartnern gesprochen und dann war die Vision so. Ich muss sagen, eines der Gründe, warum wir in Bayern oder in Oberbayern, Bayern, in Deutschland so erfolgreich sind, ist, wenn du einfach mal ein Jahr lang unsere Handwerker siehst, wie die arbeiten. Was da ein Know-how drin steckt. Was da Spaß bei der Arbeit, aber auch wirklich Kompetenz drin steckt. Das ist eine Freude, die jetzt wird schauen. Ein großes Kompliment an euch. Ohne die ganzen Handwerker hätten wir das nicht geschafft. Vielen Dank an euch nochmal. Ein schönen guten Abend, lieber Anton Stetter, liebe Familie Stetter, Herr Landrat, Herr Bürgermeister, Frau Wolke. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf, wieder dabei sein soll, erneut im Haus zu sein und freue mich natürlich wieder ein neues Highlight mit einweihen zu dürfen. Kommst du? Also Oli mit Nocke. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Start! Nichtfuhr! Ah! Aaah! Sieg war das. Ja! Belächelt sich! Aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.